Sporttotal, Szene des Monats. Aber schon Terada, der hat es sich auch irgendwie verdient. Aktiv hier. Und das ist Schlösser. Was für ein Tor! Pepin, Schlösser und jetzt Beb Fellbert hier. Den hat niemand auf dem Schirm, keiner greift ihn an. Und dann wuchtet er das Ding in den Winkel. Und Jonas Urbeck hat keine Chance. Das ging jetzt aber schnell. Schlösser und was für ein Tor! 2 zu 2, Ausgleich.